Moin und ein wunderschönes Glückauf aus Columbus Ohio und äh, oh, Feuerzeug nicht auf den Tisch legen lassen, wenn man aufnimmt, weil sonst denken die Leute ich rauche und der Algorithmus mag das nicht. Also Feuerzeug weg. Zigarette und Kaffee. Erstmal vielen Dank für 2000 Follower hier auf YouTube. Finde ich absolut hammergeil. Also irgendeinem muss das ja gefallen oder irgendeiner, was ich hier mache. Ja, finde ich cool. Dafür erstmal Dankeschön. Und äh, noch, äh, was wollte ich noch sagen, hier zum, äh, Huntela Kolasinac. Äh, ich glaube, äh, ich weiß ja nicht, ob ich das komplett erklärt hab gestern. Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber das war ja abzusehen. Klar, ich hätte mir auch gewünscht, dass der Huntela bleibt, ne. Aber realistisch gesehen muss man sparen, wo man kann. Wird der Huntela uns wirklich in der zweiten Hälfte und wäre es gut für ihn? Glaube ich nicht, denn eine kleine Verletzung mehr, bumm, dann ist er wieder für Wochen weg. Und er hat ja, glaube ich, schon wieder eine Wade, ne. Jetzt mal abgesehen davon. Aber den Vorschlag, äh, vom Knebel, ihn dann den Trainerschein machen zu lassen, um ihn dann Stürmertrainer werden zu lassen bei Schalke, das finde ich natürlich sehr geil. Und das war ja auch immer so, was ich immer so angedacht hatte. Also von meiner Seite her habe ich immer gesagt, spielen, äh, ich weiß es nicht. Klar ist der für das ein oder andere Tor gut, aber wir müssen unsere eigene Mannschaft, junge Mannschaft aufbauen. Und, äh, mit Tirodde und Hoppe und nur einigen anderen haben wir da ja gute Voraussetzungen, ähm, wenn die allerdings, ähm, oder beziehungsweise Hoppe und andere dann von, äh, von, äh, Huntela trainiert werden würden, das fände ich schon ziemlich geil. Ähm, äh, wie gesagt, also, ähm, ihm da jetzt, äh, als Spieler, ähm, eins ist einzusetzen, wo er eh schon, ja, er ist ja nun mal älter und, äh, verletzt sich auch ein bisschen leichter, wie wir gesehen haben, ähm, 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 dann in der 2. Liga da, äh, kaputt hacken zu lassen, äh, fände ich nicht, äh, fände ich, äh, fände ich nicht gut. Also von daher finde ich die Entscheidung so, wie es läuft, richtig. Äh, äh, bei Kolasinac, das war auch abzusehen, der verzichtet doch nicht auf. Wie viel, auf wie viel würde er verzichten? 4 Millionen? Also, Liebe geht ja weit, ne, aber 4 Millionen? Naja, weiß ich nicht, ähm, ähm, das ist ja dann auch nicht seine Entscheidung, ja, da hängt ja dann die Beraterfirma mit dran, da hängt der, äh, ausleihende Verein mit dran, äh, und dann, äh, tja, kann man auch nicht immer machen, was man will, da gibt's ja dann Verträge. Das ist nun mal so im, im neuen, äh, äh, im Profifußballgeschäft, ne? Machste nix. Na gut. Äh, jedenfalls, also, der Hauptgrund war aber, dass ich mich echt freue über 2000 Abonnenten. Das fand ich richtig geil, was ihr da gemacht habt, finde ich richtig cool. Und, ähm, wir sehen uns dann um 18 Uhr heute, äh, auf diesem Kanal und diskutieren, was weiß ich, Körbchen großen, Männerunterhosen, Fußball, vielleicht auch Autos, wer weiß es, äh, und bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Tschüss, Glück auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.